Allein dieses Jahr wurden an der portugiesischen Küste 46 Zwischenfälle mit Killerwahlen gemeldet. Dabei werden immer wieder Boote beschädigt. Die Vorfälle begannen 2020, als der Schiffsverkehr gegen Null ging und es dementsprechend für die Orcas, die sich per Echolokation orientieren, deutlich ruhiger war. Wenn ich an die erste Begegnung mit einem Killerwal zurückdenke, schaudert es mich. Aber seit wir die Interaktion etwas beobachtet haben, haben wir erkannt, dass es wie ein gefährliches Spiel ist. Man ist ruhiger, weil man weiß, dass sie einen in Ruhe lassen, wenn man nicht reagiert. Das Tier kam langsam heran. Sie drehte ihre Brust nach oben und drückte ihre Schnauze gegen das Ruder. Sie bewegte das Ruder etwas zur Seite. Das Boot bewegte sich, ohne dass sich etwas tat. Wenn sich nur ein Weibchen so vor ein, zwei oder drei Jungtieren verhält, werden diese Jungtiere sie nachahmen. Zunächst waren drei Killerwale bekannt, die Segelboote attackierten. Nun gibt es ungefähr 16 Tiere, die von der nordspanischen Atlantikküste bis zum Süden Portugals und sogar bis zur Straße von Gibraltar immer wieder mit Booten in Kontakt kommen. Noch gibt es keine Erklärung für das Verhalten der Killerwale. Das spanische Umweltministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, um einen Lösungsansatz zu finden. Nach unseren Informationen sollen einige Tiere markiert werden. Wird das ausreichen? Das wird nicht die Lösung sein, da ich nicht glaube, dass es möglich sein wird, alle Tiere zu markieren. Die Untersuchung läuft weiter, ebenso wie die teils gefährlichen Attacken. So wurde beispielsweise das Boot eines deutschen Seglers Ende 2020 bis zur Fahruntüchtigkeit beschädigt. Der 60-jährige Mann musste gerettet werden. Und das ist eine Über époque, die das mit ihrem Volk- und Elk- und Erdasekumpen-Sinn anzulegen. Der 60-jährige Mann musste mal noch die Überblick auf den Armkontrollen. Dann wurde es nicht so geachtet, sondern es gibt auch die Erdasekuliche. Vielen Dank.